Genki, ich bin in der Lüftung. Klasse! Hast du rausgekriegt, wo sie das Nu-Form verstecken? Noch nicht, aber findest in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und Sumst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummi-Papier eine Bombe bastelst? Warte, was? Nein! Cool, reine Neugierig. Okay, ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Underground-Trainings-Einheiten beenden. Dann suche ich nach einem Geheimhaut. Okay. Okay. Ruhig. Okay. Bist du bereit? Ja. Oh, cool. Oh. Uff. Hat sie den entdeckt? Ah, Mist. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele das sind. Da haben wir noch einen. Da. Da hinten sind ein bisschen noch irgendwelche. Daraus nix. Gut, dann gehen wir erst mal zu ihm. Ah, er spinnt direkt weg runter. So, haben wir hier noch jemanden. Den. Oh. Äh, na da. Okay. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Gut. Dann müssen wir erst mal hier hoch. Oh, der muss weg. Der muss weg. Da sieht er mich. Genau. Abzug durchdrücken. Nicht ziehen. Drücken. Ja. Äh, tje. Gefahr. Okay. Dann krallen wir uns erst mal den da hinten. Da unten sind auch noch ein paar. Da unten müssen wir wieder locken. Das war ja natürlich jetzt klasse. Ich hoffe, der macht's. Ich hab gedacht, der schaltet den jetzt aus. Dann greift den nur ganz normal an, ey. Das war jetzt auch nicht besonders. So, jetzt lass mal gucken. Die sind zu dritt. Ah, die teilen sich gerade auf. Ah. Mist. Die sind alle zusammen jetzt. Ähm. Ähm. Ich mach dich mit Vergnügen fertig, Spider-Man. Ich mach dich mit. Ich mach dich mit. Ja. Hm. Ich mach dich mit. Zweit weg. Der ist zu weit weg. hat sich doch entdeckt, obwohl er sicher war. Ist das auch so viele? Da verschwindet er einfach neben dem. Hast du das gerade gesagt? So viele können es ja jetzt nicht mehr sein. So viele können es ja jetzt nicht mehr sein. Kommt dann hier jetzt mal wieder neue oder was? So viele können es ja jetzt nicht mehr sein. So viele können es ja jetzt nicht mehr sein. So viele können es ja jetzt nicht mehr sein. Und hältst du nicht auf, Spidey? Bist du der Letzter jetzt? Ja. Oh, hätte schon mal können. Ich suche ja, guck mal, da ist das schon mal was. Geheimtreppe. Mhm. Und ein Aufzug. Hm. 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 Ja. 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 Hmm. Hm. Mhm. mein bruder hat es entwickelt chef chemiker und roxon brachte ihn um ich höre nicht auf bis roxon untergeht seid ihr dabei was weißt du doch gut ich brauche strom generatoren autobatterien alles was ihr findet bringt alles ins theater dann kämpfen wir mal keine ahnung was das war aber es hat funktioniert na ja ich habe ausgesrichen Nächstes. Bäm, bist du doch noch, du, wissen du. Autsch. Hä? Jetzt aber... Mhm. Gut, gut. So, ich kann auch wieder ein bisschen was machen. Lass mal grad gucken. Ausführung Luft trägt zusätzliche Wehnungskräfte. Gegner können Netzschlag-Take-Offs nicht hören, während du getarnt bist. Okay. Was habe ich jetzt noch mal gehabt? Ah. Sieht man gar nicht. So ganz in Rot sieht aber eigentlich auch nicht schlecht aus, ne? Komm, nehmen wir mal. Können wir noch was? Ach so. So. Stufe 10, okay. So, hier hätten wir auch noch was. Das können wir erstmal lassen. So, Geräte. Was haben wir hier? Feines. Ah, ja. Das ist nur die Info für das neue Spiel. Also, können wir hier nichts machen. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Jam Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecker auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonnegan dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen. Ah, jetzt sind wir Level 10. Stufe 10. Heißt, wir können jetzt die zweite Modifikation ranmachen. So, da wollte ich das machen. Side-Fenster. Was haben wir hier noch? Jetzt wird die ja nicht hören. Dann drücken wir das. Dann machen wir das hier. So, Fertigkeiten haben wir natürlich auch bekommen. Was haben wir hier Neues? Das nehmen wir gleich mit. Mehr haben wir nicht, ne? So, gucken wir mal weiter. Zur Hauptmission geht es hier wieder hin. Ah, so nehmen wir dann wieder ein bisschen was mit, ne, würde ich sagen. Lautlos Herausforderung. Ja, die müssen wir auch machen. Okay. Sie erinnern sich an Wilson Fisk, nicht wahr? Der sogenannte Kingpin des Verbrechens. Offenbar genießt er seine Fünf-Sterne-Zelle, die größer ist als Jareds Wohnung, während seine Rechtsanwälte an seinem Freispruch arbeiten. Aber anscheinend gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Denn neue Recherchen des Daily Bugle haben ergeben, dass in seinen verlassenen Fisk Tower, der nächstes Jahr abgerissen werden soll, jetzt Hausbesetzer eingezogen sind. Ist es nicht einfach perfektes Karma, dass dieses protzige Denkmal an das Ego eines Typen, der immer dachte, er steht über dem Gesetz, von ein paar Pennern überrannt wird? Wahrscheinlich richtet sich als nächstes Spider-Man dort sein Hauptquartier ein. Wie ist es so, in seine eigenen Schlinge zu stecken, Wilson? Ja, Jared, das sagt man wirklich so. Lies mal ein Buch! Ja, lies mal ein Buch. So, machen wir das noch schnell. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Schalte drei Gegner lautlos aus, führe eine Zehner-Kumbo aus. Jetzt hoffen wir mal, dass die nicht gleich auf dem Dach sind. Aber das sieht schon so aus. Nein! Das sind wohl keine Paintball-Waffen. Danke. Ganz ehrlich? Ich konnte nicht widerstehen. Okay. So. Haben wir außerhalb noch was? Gut, das müssen wir dann irgendwie machen. Du weißt, ich mache keine mehr, seit Dell mich ausgeraumt. Mhm.